Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Miesner, ja, was Sie hier dargestellt haben, wie Niedersachsen mit ihrem Entschließungsantrag und der Beschlussfassung von heute die Digitalisierung des Landes in der Zukunft gestalten soll, was da nicht alles Tolles beschlossen wird, das klang hier alles hervorragend. Nur wenn man mal den Antrag wirklich liest, auch Ihren Änderungsantrag, den Sie letzte Woche vorgelegt haben, tatsächlich liest, dann muss man leider feststellen, da steht gar nichts drin. Und das sage jetzt nicht ich, ich sage es auch, aber es ist nicht entscheidend, dass ich es sage, sondern das sagen die Haushaltspolitiker der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, die Landtagsverwaltung, die nämlich im Haushaltsausschuss erklärt haben, der Antrag sei nicht würdig, hier überhaupt beraten zu werden, weil er keinerlei finanzielle Relevanz hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit nichts wollen Sie hier die Digitalisierung des Landes revolutionieren. Also da sollten Sie wirklich mal ein bisschen konkreter arbeiten. Das Einzige, was in Ihrem Antrag tatsächlich wirklich drinsteht, das einzige konkrete Datum, die einzige konkrete Vorgabe, die Sie bei allen Forderungen machen, ist, dass Sie beschließen und Herr Altusmann, jetzt sollten Sie genau zuhören, bevor Sie diesem Antrag gleich tatsächlich zustimmen wollen. Wir beschließen, dass Minister Altusmann bis spätestens Mitte diesen Jahres den Masterplan vorlegen soll. Das sind zwölf Tage, die Sie noch haben, Herr Minister. Übrigens genauso viele Tage, wie Herr Thiele gerade gesagt hat, wie Herr Pistorius noch hat, um ein E-Government-Gesetz, wo die digitale Akte etc. geregelt werden soll, hier in diesem Landtag einzureichen. Um es mal mit Wolfgang Schäuble zu sagen, sowohl E-Government und digitale Akte als auch Masterplan-Digitalisierung 12.07.12 Uhr ist over. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann sind Sie gescheitert. Dann können Sie nicht mehr zurück. Sie sind gescheitert, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Ihrem gesamten Vorgaben Digitalisierung, sowohl was Breitbandausbau als auch was Digitalisierung der Verwaltung angeht. Und das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und wenn wir uns das vorstellen, das Casting der Funklöcher, das wir in den letzten Wochen hier tatsächlich gesehen haben, Herr Minister Altusmann, wo Sie mit einem Pflichtfeld jeden, der ein Funkloch melden wollte, auch noch aufgefordert und gezwungen haben zu sagen, warum gerade dieses Funkloch besonders schlimm sei. Herr Bode, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Mayer zulassen? An Lächerlichkeit nichts zu überbieten. Und jetzt kann Herr Mayer gerne fragen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bode. Da Sie ja über den Masterplan sprechen, den ja alle Ressorts zuliefern sollen und ich auf der Regierungsbank nur den Digitalisierungsminister und den Aufpasser, den Finanzminister sehe, weiß ich nicht, ob Sie eine Vermutung haben, ob die jetzt die Beispiele zusammenkragen müssen, damit das in zwölf Tagen fertig ist? Oder warum ist keiner von der Regierungsbank da bei dem wichtigen Masterplan Digitalisierung? Also, Herrn Tümmler habe ich gesehen, das ist sehr lobenswert, aber interessant wäre doch natürlich, wenn der Innenminister mal tatsächlich da wäre, weil der nämlich die originäre Zuständigkeit für Digitalisierung der Verwaltung hat. Für die Frage, wie können Bürger eigentlich mal schneller in Bürgerämtern tatsächlich bedient werden? Für die Frage, müssen Akten eigentlich immer noch über den Flur geschoben werden oder kann man nicht einfach Bits und Beiz hin und her tragen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Das ist die Zuständigkeit des Innenministers, der hier vollkommen versagt und natürlich zu Recht fehlt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und mein Punkt bei den Funklöchern. Herr Minister Althusmann, Sie haben dann ja erklärt, Sie brauchen diese Daten der Bürger, einmal um Ranking zu machen, welches Funkloch besonders schlimm ist und zum anderen, weil Sie dann mit den TK-Unternehmen verhandeln wollen, damit die Funklöcher geschlossen werden. Sie scheinen das Vertrauen der Regierungsfraktionen von SPD und CDU in dieser Frage komplett verloren zu haben. Schauen Sie mal in den Änderungsantrag Ihrer Regierungsfraktion, der hier beschlossen werden soll. Da werden sich Sie gebeten, mit den TK-Unternehmen zu reden, sondern Sie bitten, die Bundesregierung doch mal mit den Unternehmen zu reden, um einen Zeitplan aufzustellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein größerer Misstrauensbeweis innerhalb so weniger Tage Regierungszeit, das ist schon erschreckend. Es ist so, dass Sie in der Tat einige Punkte von dem FDP-Antrag abgeschrieben haben, insbesondere die Überschrift. Nicht mal da waren Sie kreativ zu, eine eigene Überschrift, die den Sachverhalt besser beschreibt, sich auszudenken. Sie haben aber auch andere sinnvolle Sachen mit übernommen, allerdings auch nicht an die technologischen Neuerungen angepasst. Als wir den Antrag eingebracht haben und über Mikrotrenching und andere Verlegetechniken noch gesprochen haben, da war Nanotrenching noch nicht so da und damit könnte man wirklich ganz schnell, Sie hätten es auf der CeBIT übrigens sehen können, wenn Sie da gewesen wären, Glasfaser tatsächlich ausrollen können. Sie sprechen unambitioniert, wie Sie nun mal sind in Ihrem Antrag, dass man 4G zeitnah lückenfrei ausbauen will. Zeitnah. Ja, was ist nun zeitnah? Also wenn jetzt beispielsweise eine Generation ja ungefähr mit 30 Jahren gerechnet wird, sind 15 Jahre zeitnah. Was ist zeitnah? Und wenn ich dann noch mal sehe, dass Sie bei der Digitalisierung der Verwaltung, anstatt einmal ein festes Ziel vorzugeben, wann digitale Akte eingeführt wird, wann Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird, dass Sie da mal wirklich etwas auch Ambitioniertes sagen, ein echtes Projekt kreieren, sagen Sie, die Digitalisierung der Verwaltung hat viele Potenziale und kommen dann zu der Forderung an den Innenminister, man möge das aktiv befördern. Das ist natürlich ambitioniert. Ich kann Ihnen sagen, so werden wir wahrscheinlich 2030 immer noch papierhafte Akten von Flur zu Flur schieben müssen und die Digitalisierung wird reißaus nehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht auch anders. Der grüne Antrag beispielsweise zur Frage, wie wäre es mit einem Rechtsanspruch, wie kann man das definieren, wäre es wert gewesen, wirklich diskutiert zu werden? Sie haben sich einer Debatte, einer Anhörung, überhaupt einer Beratung des Antrags tatsächlich verweigert, obwohl dieses Thema Universaldienst tatsächlich kommen wird. Deshalb ist es sehr schade, dass man diese Gelegenheit nicht ergriffen hat. Genauso haben Sie die konkreten Forderungen der FDP nicht aufgegriffen. Und um es dann nochmal deutlich zu machen, was wir sagen, wir wollen ein echtes Mars-Projekt, ein Mond-Projekt uns vornehmen, ambitionierte Ziele, die wir realisieren wollen. Nämlich, dass wir bis 2020 überall in Niedersachsen 4G-Internet, mobiles Internetstandard haben ohne Funklöcher. Dass wir bis 2022 flächendeckend ein Glasfaser-Gigannetz in Niedersachsen realisiert haben. Dass wir bis 2025 den 5G-Ausbau in Niedersachsen in den Angriff, in die Umsetzung gebracht haben. Und bei der Digitalisierung der Verwaltung, Herr Pistorius, mal eine ganz ehrliche, offene Aufgabe. Suchen Sie sich einen vernünftigen Dienstleister bei der Software und bis 2020 die gesamte Landesverwaltung mit digitaler Akte und Dokumentmanagement-Systeme ausstatten, damit die Bürger nicht digitaler sind, als die digitale Verwaltung jemals sein wird. Ein schöner letzter Satz, Herr Bode. Danke. Wir haben eine Wortmeldung aus der AfD-Fraktion. Herr Stephan Henze, vorliegen. Bitte.